Die werden ja alle wahnsinnig Leute auf kleinen Läufern laufen rum und natschen über Leute. Ich glaube der Höhenregler ist nicht der Fall. Was schreibst du jetzt? Hä? Gar nichts, ich lasse die Ponte weg. Hallo, das ist hier ein Abtransport, das ist ein Abtransport. Gibt's hier ein Problem? Verdammt. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Oh nein. Mann ist am wallriden. Der hat's gelandet, ich fasse es nicht. Wieso hab ich Speere? Ich will einschüchtern, weil ich ein Wrestling Bitch Face hatte. Ich will einschüchtern, weil ich ein Wrestling Bitch Face hatte. Jungs, Kevin, du bist auch krasser Typ. Sag mal wie der Außenposten hier heißt. Aurek. Alles gut, ich kann lesen. Sergeant, ich musste mich einmal 1018a melden. Hat da drinnen keine Handschuhe? Ich muss mich leider auch 1018a melden. Was ist denn? Die Kabel. Das sehe ich auch. Aber sie haben auch auf diesen Soldaten. Er könnte Teil etwas größer sein. Weil sie auch noch ein großes Teil hat. Hör auf. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Ich halt das alles nicht mehr aus. Sind ihre Geräte immer so defekt? Oder? Einfach weiter gehen. Ohne Käppie, ohne Käppie, direkt. Ja! Uffe. Uffe. Uah! Haben sie gerade erst die Ausbildung bestritten und sind jetzt in diesem Floppenverband? Oder haben sie schon Einsätze hinter sich? Jaja, die Nachtschicht mache ich immer. Die Nachtschicht machen sie immer. Die Rune werfen Granaten. Wir haben Verluste, oder? Hilfe. Einige. Das ist sehr viel. Das war jetzt dein Plan. Ich wollte da drauf. Ich kann nicht da drauf stehen. Nein, ich wollte da drauf. Ach, Digger, komm. Playern. 完. Entschuldigung. Vielen Dank.